Zur Zeit, da wegen Semele die Juno einst dem Geschlechte der Thebaner zürnte, so wie sie es in vielen Fällen zeigte, ward Atamas von Wahnsinn so ergriffen, dass er beim Anblick seines Weibes, welches mit einem Sohn auf jedem Arm einherkam, ausrief, »Lass uns in einem Netze fangen die Löwin und die Löwlein, wenn sie kommen.« Dann brauchte er die mitleidlosen Tatzen und packte einen, der Learch sich nannte, und schleuderte ihn im Schwung an einen Felsen. Und jene warf ins Meer sich mit dem anderen. Und als das Schicksal einst nach unten wandte, die Größe Trojas in der höchsten Kühnheit, so daß der König mit dem Reiche stürzte, hat Hekuba voll Jammer und voll Elend, als sie Polyx in einem Tod gesehen und als sie Polydoros an dem Strande des Meeres noch entdeckt in ihrer Trauer, wahnsinnig aufgebellt, so wie die Hunde. So sehr hat ihr der Schmerz den Geist umnachtet. Doch weder Thebens Tollheit noch die Trojas hat man bei keinem je so wild gesehen, an Tiere nicht und nicht an Menschen gliedern, wie ich zwei Schatten, Bleich und Nacken, schaute, die um sich beißend so gelaufen kamen wie Schweine, wenn der Kofen sich geöffnet. Der eine fiel Capocchio an und biss ihn ganz tief in seinen Hals hinein und schleppte ihn fort, daß ihm den Bauch der Boden kratzte. Der Aretina, der verblieb, sprach zitternd zu mir, der Tolle dort ist Janis Kiki, in seiner Tollwut plagt er so die anderen. So wahr der andere, sagte ich, mit den Zähnen dich nicht zerfleische, laß dich's nicht verdrießen, zu sagen, wer er ist, bevor er wegläuft. Und er zu mir, es ist die alte Seele der Myrra, welche außer aller Sitte verbrecherisch mit ihrem Vater buhlte. Sie ging mit ihm so weit in ihrer Sünde, daß sie die eigene Gestalt verfälschte. So wie der andere, der sich dort davonmacht, der einst des besten Stücks der Herde wegen Borsodonatis Stelle eingenommen, sein Testament verfasst und unterschrieben. Und als die beiden Wütenden vorüber, auf die ich meine Blicke erst gerichtet, wand ich die Augen zu den anderen Sündern. Und ich sah einen, der glich einer Laute, wenn man ihm seinen Leib an jener Stelle, wo er sich spaltet, abgeschnitten hätte. Die schwere Wassersucht, die unsere Glieder so sehr entstellt mit schlecht gebrauten Säften, daß das Gesicht zum Leibe nicht mehr passend, ließ jenem dort die Lippen offen stehen. Wie von der Schwindsucht jemand, der im Durste die nach dem Kinn und die nach oben aufstülpt. O ihr, die ihr so ohne Strafe wandelt, warum, das weiß ich nicht, im Land der Schmerzen, sprach ihr zu uns. Nun schaut und beachte das Elend, das dem Herrn Adamo wurde. Ich hatte lebend reichlich, was ich wollte. Jetzt sehne ich mich nach einem Wassertropfen. Die Bächlein, die von jenen grünen Hügeln des Casentino in den Arno fließen, in ihren molligen und kühlen Betten, die sind mir stets vor Augen nicht vergeblich, weil mehr an mir noch ihre Bilder zehren als meine Krankheit und die Wangen schmälern. Gerechtigkeit, die strenge, mich zu strafen, holt ihre Mittel von dem Ort der Sünde, um eine Seufzer schneller vorzupressen. Dort liegt Romena, wo ich jene Münze gefälscht, auf welche man den Täufer prägte, weshalb man droben meinen Leib verbrannte. Doch wenn ich hier die traurige Seele fände, sei's Guidos, Alexanders, sei's des Bruders, wird ich dafür die Branderquelle geben. Der eine ist schon hier, wenn mir die Schatten, die wütend ringsumziehen, die Wahrheit sagten. Doch hilft's mir nichts, denn steif sind meine Glieder. Wenn ich auch nur um so viel leichter wäre, dass ich in hundert Jahren einen Zoll breit mich rühren könnte, wäre ich schon gegangen, ihn unter diesem ekelnd Volk zu suchen, obwohl er sich im Kreis elf Meilen ausdehnt und mehr als eine halbe in die Breite. Durch ihre Schuld bin ich bei diesen Leuten. Sie brachten mich dazu, dass ich die Gulden mit drei Karaten Kupfer hab geschlagen. Und ich zu ihm, wer sind die beiden Sünder, die dampfen wie im Winter unsere Hände und dicht an deiner rechten Seite liegen? Hier fand ich sie. Sie zeigten keine Regung, sprach er, seit ich in diese Krippe stürzte. Ich glaub, sie werden ewig liegen bleiben. Eins ist die falsche, die einst Josef schmähte, das andere ist der falsche Grieche Sinon, und ihr Gestank kommt von dem starken Fieber. Und eins von beiden, dem es wohl nicht passte, dass man so dunkel seinen Namen nannte, hat mir der Faust ihm auf den Bauch geschlagen. Der tönte laut, als wäre eine Trommel. Und Herr Adamo schlug ihm ins Gesicht mit seiner Faust, die warlich auch nicht weicher, und sagte, »Ist es mir auch nicht gestattet, mich zu bewegen mit den schweren Gliedern, so ist mein Arm doch noch zum Schlagen locker.« Er gab zur Antwort, »Als du auf dem Wege zum Scheiterhaufen war, war er nicht so tüchtig, doch um so mehr, als er die Münze prägte.« Der Wassersüchtige, das kann ich nicht leugnen, doch hast du damals nicht so wahrgesprochen, als man bei Troja nach der Wahrheit fragte. »Ich sagte Falsches, du gabst falsche Münze,« sprach Sinon. »Ich bin hier für eine Sünde, und du für mehr als jeder andere Teufel.« »Einnere dich, mein Einiger des Pferdes,« sprach jener mit dem aufgeblähten Bauche, »und ärgere dich, dass es der Welt bekannt ist.« Der Grieche, »du sollst an dem Durst dich ärgern, von dem die Zunge platzt am faulen Wasser, das dir den Bauch vor deinen Augen anschwellt.« Da sprach der Münzer, »so reißt du das Maul auf, um wie du stets gewohnt noch mehr zu lästern. Doch wenn ich dürste und mich bläht das Wasser, hast du den Brand und Schmerzen in dem Kopfe, und an dem Spiegel des Narziss zu lecken, muss man dich nicht mit vielen Worten laden.« Ich war noch ganz gespannt, auf sie zu hören, da sprach mein Meister zu mir, »Sieh nur, sieh, nun hätte ich beinahe Grund, mit ihr zu zanken.« Als ich ihn zornig zu mir sprechen hörte, fand ich mich um zu ihm, so voll Beschämung, dass sie noch heute mir im Gedächtnis umgeht. Und so wie der, der träumt von einem Unheil und der sich wünscht im Traume, nur zu träumen, dass er das Wirkliche unwirklich möchte, so ward auch mir. Ich konnte nicht mehr sprechen, mich zu entschuldigen und habe dadurch mich, ohne dass ich's wußte, doch entschuldigt. »Geringere Scham tilgt größere Verfehlung«, so sprach mein Meister, als du sie begangen. »Du darfst dich aller Traurigkeit entschlagen. Stell dir nur vor, dass ich dich stets begleite, wenn dich der Zufall wieder einmal führte zu Leuten, die in solchem Streit begriffen. Denn niedrig ist der Wunsch, dies anzuhören.« ... ... ... ...